Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Oli P, Oli P. Zuckert. Ich habe mitbekommen, dass das Tierheim in Berlin, in Ahrensfelde, große Probleme hat durch den großen Wasserschaden, durch die ganzen Regen- und Wassermassen, die da runtergekommen sind, dass nicht nur alle Körbe und Decken hinüber sind, sondern auch ungefähr 13.000 Quadratmeter Dach im Eimer sind. Und da muss natürlich was her. Geld spenden, Sachspenden, alles womit man das Tierheim unterstützen kann. Ich habe mit meinem Partner Dr. Claudas gesprochen. Wir werden knapp 2.000 Futterdosen rüberschicken. Ich werde natürlich auch was spenden. Und ich glaube, es sind noch ungefähr 20.000 Euro, die zusammenkommen müssen, dass ein neues Dach bestellt werden kann und gebaut werden kann. Deswegen, wenn ihr irgendwie helfen könnt, teilt das hier entweder oder haut ein Fünfer raus, so wie ihr es schafft und könnt. Wäre auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Vielen, vielen Dank dafür, alles Gute, passt auf euch auf. Bis dann, der Oli. Tschüss.